reich nicht wundern wenn ich rede ich es gab ihn nebenbei noch aber ihr hört ihn leider nicht was mich sehr enttäuscht und ich bin ganz der diesen scheiß abgrund rein jetzt spring ich spring doch da hoch du schwuler klempner du cool ja ist so nicht dass sie sich damit an doch ganz leise hört man das aber nicht so aber vielleicht hört das ja irgendwie raus kann sein weiß ich nicht die kinder sind das ist eine sprung aber ich brauchte halt doch die fresse lasse ich das eine springboard da springboard springboard perfekt deutsch englisch springboard ach ist doch scheißegal was das ist darf ich überhaupt sowas auf youtube sagen scheißegal ach so ach so weil mir das geht mir auch eigentlich am arsch vorbei ganz ehrlich aber wen geht das nicht am arsch vorbei hey die wollen mich verarschen ne ich hab das ich hab das springboard in der hand ich halt die fresse das war nichts schlimmes ich hatte grad ich hab grad dieses springboard in der hand gehalten und ich und das ich schieße es nach oben und was passiert es bleibt oben auf der kante liegen jetzt gibt es das was es muss es muss schnitzig jetzt richtigen wie sich schon nicht hoch doch jetzt warum du bist immer so dumm nicht nur manchmal ja habe ich auch Heider hat gesagt dieser Bisch du machst jetzt mein Kastletzpläst die sicherlich ja auch wenn es gut Gott ruhig ich upload etwas ob angst springen hinfallen hinfallen dann schon halt die Fresse nein du nicht ich weiß what the fuck ey ne was das ist übel fies ey das ist so gemein von was denn von was für ein Bild willst du ja du weißt schon du weißt schon was ich meine ne so wird sie schmäu leh schmiergoi ach egal meine lauf ich einfach über die Stacheln rüber scheiß doch drauf ist so wer brauchst wer brauchst du wer brauchst schon pilze da ne so safe state wer weiß was er sonst noch schluckt wer weiß was er sonst noch schluckt ja bei mario muss ich mich konzentrieren wieso hello what the fuck was ist mein bester freund die 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 was denn was ist cooler als ein Kupfer Ohr Donkey Kong Musik die sie sich redet Prozent 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 schade dass er die nicht hört ich liebe Dunkel mach ich auch noch ein Let's Play von Aua Oink Ach da muss ich sogar hoch Fakio Oh du bist aus dem YouTube Knast zu Promis die bei Piep Tünen ist nur real ja nein weiß ja dann let's play mal Spore ja dann lass es mal starten du Schwein gucken wie oft ich das Piep reinmachen muss vielleicht mache ich es auch gar nicht rein mir das war gut hätte nicht gedacht dass ich das so gut schaffe ja da hat freaky was vergessen mein Chat warum mit was nimmst du aufhören da hört man das andere nicht das das ja okay dann mach weg dann leg doch auch tut du schlumpel du das hat der Affe aufgelegt das 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 Was ist denn das für Kackvögel, Alter? Was ist denn das für Kackvögel, Alter? Was ist denn das für Kackvögel? 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 Und das für Kackvögel? Was ist denn das für Kackvögel? Was ist denn das für Kackvögel? Was ist denn das für Kackvögel?